mein lieben freude konzern am youtube video auf den simulieren mal auf den kanal mit spiele gehen und tag und bei neuen folge bei den leid also ich gefühlt das gerne abonniert leid und kommentiert wieder beschreiben vorbei linkt die sind ja alles oder fickt mich sehr witzig garantiert nicht alle finden wir über twitch oder telegramm gruppen um informiert zu bleiben kann ich nur empfehlen und beschrieben werden die offenbar schon sagt er sich auch verlinkt bei linkt die beschreibung und sonst die letzte folge war gut abgenüppelt das ist war ja nichts war ja nicht zu erwarten es ist nicht immer so meistens wieder am essen also leer war sie wie die dinger kriege die werden ja dann auf der karte angezeigt also nicht auf der karte sondern auf der umdreht dann wird was grünes angezeigt geht aber sie werden beim endspieluntergang kurz angezeigt das heißt wenn das portal öffnet wie am ende wie das andere johann gezeigt habe ich nur gesehen zuvieligerweise was blau ist ist eine einladung ja wie ein gelöst das fenster was eingelöst das fenster doch tun wir mal so fick dich du dummes kabel na komm sag möchtest du willst du ja ja ende fröhlich bitterpatsch auf schäbis empo warum das ist schön wehtut teuer haben sie das regenwärter schon wieder bestellte richtig warum glauben sie im kreis warum sie es machen das ist der feinsteller ja auch nicht kommen laufen nach leiter nach vorne sondern funktionieren das kriegen wenn du nach hinten gucken wird musste es nehmen wie es auch so weiter zu laufen dankeschön es ist dein nächster am haken oder was? und zwar du du wie sehe ich das? ja richtig ich habe einen killer geblendet wo sind sie beim kleineren? im schrank hörst du aber herzpulsschlag? ja jetzt nicht mehr ich bin unten im keller ach so ist es mach die kiste auf komm jetzt nicht in die runde hoffentlich der dully da ist mir die sattgasse es gibt nur einen Weg nach oben und koffer bauen sie ein koffer? ja da liegt einer an der kiste warte ich halte es jetzt so mal Pornvideos online gekommen bei youtube ah was heißt immer Pornvideo dazu? weil wir über Sextim da geredet haben ach so ui Sextim er könnte mir mal echt machen was für ein Video in einem Podcast was für ein Video war das überhaupt? ach Pappschi ach komm komm weißt was meine Aufgabe ist? ne warte Mensch fertig bin ich warte komm komm f*** mich ui f*** mich ui f*** mich ich glaub jetzt in der Nähe da ist der und nur Puls Platz das tut der ganze Bude unterlegen schon wieder ich fang noch nicht mal tatsächlich noch einmal noch nicht nooah was war da los Shavey? weiß ich nicht jetzt hätte ich selber nochmals verkackt aber nur Fass muss mal kurz aufführen blöde ui f*** dich die habe ich schon heute drauf gewixt ich war jetzt ernst gemeint tatsächlich oh mein Widerling wie wii 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 guck mal so kurz rutschen warum denn ja warum mir da ist mit die uhr aus versehen abgefallen uuups oh mein warte die komische Geräusche das ist auch leise in die Hals Mensch irgendwas oh nein der kommt weg weg er darf natürlich wieder hier mir denn er ist klar ja warum bist du es wunderbar mit dem Ding schreck mich auf den Arsch na klar warum ich mich auf den Arsch lecken ja ich muss dabei herkommen ich mach ne Falle drinnen hat eine Bodenfalle aufgebaut mehrere müsst ihr aufpassen ne ja er verteilt gerade fallen hier ja ich glaub der tut ja campen schon wieder ja der steht jetzt hier und macht Ware oder nicht er ist auf jeden Fall noch da ist eine Falle auf jeden Fall an der Nase guck mal der camp ist hier schon wieder der Idiot ja das hat wohl seine eigene Falle reingelaufen oh man wie blöd tja Dämmigkeit mal wieder es grüßen wohin da falle ich man immer mehr hinterher laufen es gibt noch andere hier mich kannst du nicht opfern na war ja klar die wollen mich alle abonnieren verstehst du warum dich weil ich YouTube Namen hab weil ich YouTube Namen hab wo sind sie ach so gut nein mal wieder du wohnen die wirklich voran was die nächste zahlung bekommen also das tablet das tablet weiter doch das funktioniert nicht wirklich die ganze zeit offline keine werbeanzeigen angezeigt das ist nicht richtig wähler ist zu schwach er versucht diese laden aber nix und keine wieder werbeanzeige dann und wenn das dann funktionieren sollte dann respekt und dann musst du doch etwas anderes machen um es auszahlen zu lassen das wäre wieder geil noch mal werbung klotzen weißt du nach dem motto genug werbe geguckt hätte dann so weit ja das ist mit ihr dass dies in der fallerei gelaufen augen auf dem straßenverkehr ja ja oder in der wildnis je nachdem den nächsten falle betreten scheint dasselbe der von fallensteller klatsch der nächste ist reingelatsch ja da war ich baße mit dem fallen ich weiß wo noch neuer ausgang auf dass sie rausgehen können Geh raus. Bleib hier. Ups. Na Ups. Denk dich, glaube ich. Süß. Macht das eine Falle dahin, oder was? Mann, ist der blöd. Das wäre jetzt aber eine Falle. Schafft das nicht raus mehr, oder was? Nee. Nö. Nicht da raus. Nö. Dann läuft das mal in die Falle, der Depp. Nö. Ja, 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 ja. Junge, das ist aber mehr als knapp gewesen, ey. Ist ja relativ riskant, ey. In der Minute Länge, war auch noch ein paar Sekunden. Ich glaube, das wäre RIP gewesen. Also. War das gut? Oh, du bist auf... Oh, da wurde uns killen, aber hat gar kein bekommen. Na, außer dich. Ja, toll. Junge, ich wäre eine Sekunde länger gewesen. Dann tschüss. Na. Dann wäre es so hier passiert. Genau. Meine nächste Aufgabe ist, entkomme zwei Jagen. Mit dir gejagt ist wahrscheinlich. Ja, ich muss gejagt werden und dann... in fünf Minuten kam ein Pornovideo online. Schon wieder ein Video. Ja. Ja. Ist ja Papptschi. Warum schon wieder? Ist doch das erste Video, Alter. Ja, du hast schon Video online bei dir. Na, nur Short. Ach so. Ist doch auch ein Video. Nee. Na doch. Ah. Ah. Video ist Video meiner Sicht. Schwarz und Schwarz. Doch ich habe eine Taschenlampe. Gehabt. Ich habe noch eine. Na, Spaß sie lieber. Was bringt mir das denn? Na, wenn du Spaß bekommst du dann vielleicht auch mehr. Oh Gott. Ich will gar nichts mehr da. Dann müssen wir mal bald upgraden wir zwei. Ich verliere mal alles gefühlt. Wenn ich draufgehe. Ja, so hier. Soll ich dann ausrüsten, was sie brauchen? Ja oder ja? Ja. Wenn es sein... Nee. Sonst machst du alles wieder falsch. Ah ja. Wie kann man da gar nicht falsch machen? Wird auch falsch setzen. Lass doch dann den König ran. Den König. Na, ich wäre es der König. Du aber auf jeden Fall nicht. Ja, du auch nicht. Doch, ich bin immer an der König. Nee, war gut. Warum? F*** mich. Ui, f*** mich. Ach, die kennen wir doch, die Spielversion. Die fliebenden Bücher. Schweben, verdammt mal. Was sind denn sie? Weiß ich hier nicht. Also ich hab drei. Du bist der Einzige. Was drei? Drei sind bei mir. Ach so. Ich seh dich. Ich seh dich. Bleib stehen. Juhu. Komm. Na, guten Tag. Baby. Mach doch einfach doll. Wie doll. Hier guck. Hier, guck. So musst du dann laufen mit. Wenn du nach innen guckst. Mit S. Nee, der Doktor. Haben wir den nicht zum dritten Mal? Wie häufig haben wir den schon wieder? Ja, zum dritten Mal wahrscheinlich. Nein. Kann er sich nicht tarnen? Wer? Unser Geist. Killer. Nee, kann man. Oh, jetzt hab ich's verkehrt um gehabt. Jawohl. Warum lasst du sie weg? Ich bin im Schrank. Ich bin im Schrank. Anderraum. Leise. Ich bin aber leiser schon wieder. Euer Winkel fangiert. Die Knöpfer. Ich hab das Gefühl, die kranken Schwester kommt nicht mehr. Komm mit. Einer wird verfolgt immer noch. Ach du Scheiße. Geist dahin gerade. Auch der Geist. Der Doktor. Ist uns vorbeigelaufen. Warte. Nee, jetzt kann ich wieder auffliegen. Warte. Komm. Ab Internet lags. Ja, merke ich. Ob er jetzt sagt grün. Nee, das macht alles. Ich hab in der Lachs. 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 Nee. Ich hab in der Lachs. Ich hab in der Lachs. Nee. Ich hab in der Lachs. Ich hab in der Lachs. Ja, da war ja klar. Hier, wenn man vorbeilaufen kann am Schrank. Mensch. Das kam auch wahrscheinlich nicht. hast du dich selbst befreit wurde befreut klatsch 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 is scorpio taatsch klatsch kapp klatsch 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 Was war da los? Mensch. Nein, du Arschloch. Fick meine Mutter. Also nicht du, nämlich der Gegner. Klatsch. Auch kein Problem, wenn wir damit liegen bleiben können. Ich hab mich geblendet. Ich hab mich geblendet. Habe ich was gut gemacht? Ja. Klatsch. Immer auf mich. Nur nicht. Immer auf mich geblendet. Hallo, ich geh noch, ich brauch dich! Guckst du mir gleich zu? Ja oder nein? Nur so. Wo ist du? Hallo, bei der Stufe. Das hat aber weh, der Stock. Der war ja auch von hinten tief drin. Ich glaub, der ist schon K.O. Achtung! Klatsch! Das war aber reingesissen. Sadie, das war aber reingesissen. Ja. Du brauchst einen Perk zum Heilen und Wiederbelebung. Ach, jetzt ist auch frei. Doch. Wollen wir ficken? Ja. Seine Mission jetzt, Ligo am Boden. Da wollte ich dir helfen. Muss man noch... Killer Frau hat mir nicht. Ach so. Was muss ich? Musst du dich noch hochheilen? Nee, ich bin schon soweit. Er muss mir helfen. Der ist schon wieder frei gekommen! Wo läuft der hin? Wo läuft der hin? Wo läuft der hin? roy! Wie läuft das ist, Schöenstein? Gavin auch? Entschuldige… Duuma! Was macht der? Kann ich mal holen? Oh man. Der war nur AFK. Wurde ein Killer. Nein, Trollen. Da kannst du auch abfluchen. Das soll eh gleich abfluchen. Ja, bin tot. Dank ihm. Kannst du ihn melden für wegen keine Hilfeleistung. Oder wie das mal heißt. Weiß wie ich das meine? Ja. Oh, alecker. Ich weiß wer das war. Äh. Frag mal einen Clip von mir. Baby. Ich weiß wer. Hör den mit dem Clown Gesicht und komischen Kostüm. Ja. Das war ja... Wie wie der heißt? Jaume Tor... Toaster. Also er hier. Der zweite, ja. Bis gleich. Wohin gehst du? Na Licht kurz ausschalten. Das ist nicht kaputt. Was soll ich machen? Na hier auf ein Feedback geben und dann sagen wir keine Hilfeleistung. Genau. Ja. Ah, ich kann ja auch wegen... Hier habe ich jetzt wegen afk verhalten, kann ich auch melden. Wie bitte was? Ich habe eine... Unkameradschaftlich, das heißt auch afk behalten. Ja. Können wir auch nehmen. Soll ich rein schreiben? Kannst du machen? Keine Hilfeleistung. Ja. Keine Hilfeleistung. Na der hat ja nicht geholfen. Keine Hilfeleistung und afk, ne? Tschüss. Oh scheiße. Jetzt kann meine nächste Aufgabe reparieren. Zwei Generatoren vollständig. Aber schließe die Herausforderung in einzige Prüfung auf. Das heißt ich muss eine einzelne Sitzung machen. Also nicht einzeln halt. Eine komplette Runde. Wir müssen neue Aufnahmen starten schon wieder. Ja sag du die Endstelle bitte. Ich bin schon alt. Gut meine lieben Freunde. Würde ich sagen. Sag ich danke fürs dabei sein. Wenn es dir gefallen hat. Gerne abonnieren, liken, kommentieren. Schaut gerne ein Video beschreiben vorbei. Über den Linkdreh. Ich finde alles wichtige. Twitch. Youtube. Tiktok. Auch die Telegram und Whatsapp. Ankündigungskanäle. Schaut gerne beim Spielegemer vorbei. Ist auch verlinkt. Guten Tag. Vergrunst. Na. Würde ich sagen. Bis dahin. Euer Simulation MikeyNode15. Bye bye und atti. Tschüss. 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 Tschüss.